Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge der Unkritschen Nachrichten. Diesmal mit den Fragen am Montag. Unsere Frage, zunächst einmal, soll die NPD auf YouTube Propaganda machen dürfen? Die Antwort überrascht. Eine Minderheit unserer Leser meint eher nicht. Eine große Mehrheit meint Meinungsfreiheit, Rules, was immer das heißen mag. Nun eine andere Frage. Diese andere Frage lautet. Haben Sie gestern auch die neue Sendung der NPD gesehen? Hier die Antwort. Das Ergebnis ist eindeutig. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat diese Sendung nicht gesehen. Nun aber die Antworten in Mecklenburg-Vorpommern. Im schönen Mecklenburg-Vorpommern veranstalten wir ebenfalls eine repräsentative Umfrage. Hier das Ergebnis. 98% antworteten auf unsere Frage mit einem klaren Jau. Ganz anders das Ergebnis in Sachsen. Die Antworten waren leider unverständlich. Das war es für diese Woche. Schauen Sie doch bald mal wieder rein, wenn es heißt Unkritsche Nachrichten. Nachrichten, wo du brauchen kannst. Auf Wiedersehen.